Hi, mein Name ist Alex Fischer. Ich habe dir dieses Video aus Einzellektionen aus meinem Steuercoaching zusammengestellt, weil dieses Wissen wirklich jeder haben sollte. Wundere dich also nicht über eventuelle Rückverweise etc. Let's roll! Herzlich willkommen zu diesem Video Relierendes Eigenkapital und der Cash Cycle. Mein Name ist Alex Fischer und ich freue mich, dass du wieder da bist. So, schauen wir uns zunächst einmal an, was ist denn der Cash Cycle? So, hier habe ich dir eine kleine Grafik vorbereitet. Ganz unten siehst du Tage. Dort gibt es minus 10 Tage, 0 Tage, 10, 20, 30, 40, 50 und 60 Tage. Warum da minus 10 steht, verstehst du gleich. Dann hast du oben den sogenannten Geschäftszyklus und unten den sogenannten Cash Cyclus. Nehmen wir mal an, du bist ein Geschäftsmann oder hast ein Geschäft. Dann startet eigentlich dein Produktionsgeschäftszyklus damit, dass du als erstes mal das Material bestellst. Nehmen wir an, du bist Schreiner, bestellst du Holz, Leim etc. Dann kommt irgendwann, vorausgesetzt deine Bonität ist gut, das Rohmaterial ein und die Eingangsrechnung. Wenn deine Bonität schlecht ist, wird der Cash Cyclus länger. Das heißt, du musst Vorkasse leisten. Aber wir gehen mal davon aus, du bestellst per Rechnung. So, und ab Rohmaterial Eingang und da, wo du die Rechnung zahlen musst, ab da beginnt der Cash Cyclus. Du siehst hier unten eine Spalte, da ist links dort Zahlungsziel. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass du gleich zahlst, einfach um das nicht zu kompliziert zu machen, das ganze Spiel. Du kannst also den Cash Cyclus etwas verkürzen, indem du das Zahlungsziel ausnutzt. So, jetzt ist das Material eingegangen, dann musst du das Material erstmal einlagern. Dann kommt es in die Produktion, die Stühle werden gebaut, werden zusammengeleimt, werden zugesägt etc. Wenn dann der Stuhl fertig ist, muss er als nächstes gelagert werden und zwar so lang, bis er an den Endkunden verkauft wurde. Mit Verkauf stellst du eine Rechnung, die Rechnung ist dann offen und irgendwann kommt der Geldeingang. Das heißt, dein Geschäftszyklus geht von der Bestellung des Materials bis zum Geldeingang. Dein Cash Cyclus geht von der Bezahlung bis zu dem Punkt, wo das Geld wieder vom Kunden eingeht, an dem du dein erstelltes Produkt verkauft hast. Jetzt haben wir noch die Zeile Cash Out. Das heißt also, so lang ist das Cash definitiv draußen, dein Eigenkapital gebunden. Ab dem Moment, wo die Produktion fertig ist und der Stuhl praktisch dasteht, fehlt dir die Marge. Das heißt also, du hast ja das Produkt schon produziert und es ist ein Gewinn in dieses Produkt einkalkuliert. Und dieser Produktgewinn ist noch nicht realisiert, erst in dem Moment, wo das Geld bei dir auf dem Konto eingeht vom Endkunden. Dann hast du noch Lagerkosten, die starten ab da, wo bei dir das Rohmaterial eingeht und enden da, ab da das Produkt verkauft und ausgeliefert ist. Jetzt verstehst du auch, warum unten minus 10 steht, denn der Cash Cyclus startet bei 0 und dein Cash Cyclus wäre 60 Tage lang. Das heißt, dein Geld ist 60 Tage lang gebunden, bis dein Eigenkapital wieder frei wird, plus die Marge. Also sprich plus dein Verdienst aus dem Verkauf der Stühle. Der Geschäftszyklus geht etwas länger, nämlich von der Bestellung des Materials bis zum Geldeingang. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, warum erkläre ich dir das? Ganz einfach, weil ein Cash Cyclus, den du zum Beispiel hier, hast du 60 Tage, wenn du den um 10 Tage verkürzen könntest. Je nachdem, wie viel Umsatz du machst, wirst du feststellen, macht es auf 10 Jahre mehrere Millionen Euro aus. Und natürlich hast du verschiedene Triggerpunkte, an denen du arbeiten kannst. Zum Beispiel hier ein paar Methoden, wie das die Großkonzerne machen. Als erstes vereinbaren sie sehr lange Zahlungsziele, was sie können, weil sie große Voluminas abnehmen. Außerdem versuchen sie das Ganze on demand zu machen, also immer praktisch in Echtzeit, sodass die Lagerung des Materials bzw. die Lagerung des fertigen Produkts sich verkürzt. Du kannst natürlich den Cash Cyclus auch beschleunigen, indem du einfach deinen Vertrieb stärkst oder indem du zuerst verkaufst, bevor du produzierst. Lange Rede, kurzer Sinn, je kürzer dein Cash Cyclus, desto schneller und höher dein Ertrag. Denn das ist ein immer wieder durchlaufender Zyklus. Wärst du also in der Lage, einen Cash Cycle von 60 auf 50 Tage zu verkürzen, wie gesagt, macht das Millionen an Unterschied auf 10 Jahre gesehen. So, schauen wir uns mal den Cash Cycle bei der Bestandsimmobilie an, wie es konventionell normal läuft. Hier habe ich eine Immobilie mit dem Kaufpreis von 1 Mio. Euro. Nebenkosten rund 10%, sagen wir mal 100.000 Euro. Die müssen aus Eigenkapital bezahlt werden und du vereinbarst eine Tilgung mit der Bank von 3%. Wenn du jetzt links auf den Balken schaust, bei 0 Jahre, dann siehst du dort 1 Mio., das ist praktisch der Kaufpreis der Immobilie. Und der rote Minibalken sind die 100.000 Euro Eigenkapital, die du als Cash Out bezahlen musst. Also das ist Cash, das erstmal von dir weg geht, für weiche Kosten, Nebenkosten. Dann läuft der Zyklus bei der Bestandsimmobilie 10 Jahre, weil wenn du sie vorher verkaufst, müsstest du ja Steuern auf die Verkaufserlöse bezahlen. Sagen wir, du hast danach einen Verkaufspreis von 1,5 Mio. Euro. Da du allerdings 3% Tilgung vereinbart hast, ist jetzt deine Restschuld nicht mehr 1 Mio., das wäre praktisch dieser Querstrich in dem grünen Balken, sondern er ist jetzt bei 680.000 ca. unten. Bedeutet, jetzt kommt Cash in in Höhe von 820.000 Euro. Allerdings musst du davon die 100.000 Euro, die du ursprünglich Cash Out hattest, von weichen Kosten wieder abziehen, sodass praktisch ein Gewinn von 720.000 Euro realisiert würde. Allerdings exakt nach 10 Jahren, beziehungsweise noch ein bisschen länger, weil du darfst ja erst nach 10 Jahren verkaufen und dann dauert es noch ein bisschen, bis das Geld reinkommt. Also du hast einen Cash-Zyklus bei der Bestandsimmobilie konventionell von 10 Jahren. Und bei dem vorigen Beispiel haben wir schon gesehen, dass ein kurzer Cash-Zyklus einen Riesenunterschied ausmacht. Auch das werde ich dir auf den nächsten Folien zeigen. Wenn du schlau bist, machst du das allerdings nicht konventionell, sondern du nutzt den Cash-Zyklus der Bestandsimmobilie mit rollierendem Eigenkapital. Das ist eine Technik, die habe ich erfunden. Die benutzen inzwischen sehr viele Leute. Allerdings verstehen sie sie trotzdem nicht so richtig, weil sie sie auch nicht entwickelt haben. Deswegen erkläre ich das hier mal so ganz genau und worauf man da achten muss. Also genau wie vorher kaufst du das gleiche Objekt für eine Million Euro, 100.000 Euro Nebenkosten. Diesmal machst du es nur anders. Du sagst der Bank, liebe Bank, ich lege 100.000 Euro auf ein Depot. Meistens ein Festgelddepot. Finanziere aber nicht eine Million, sondern 1,1 Millionen. Also praktisch 100.000 Euro mehr. Das macht die Bank mit, weil du ja das Depot abtrittst in Höhe von 100.000 Euro. Ist also von Sicherheitenseite für die Bank exakt das gleiche. Tilgung ist 3%, genau wie bei dem vorherigen Beispiel. Du trittst dieses Depot an die Bank ab. Du vereinbarst mit ihr allerdings, dass sobald die 3% runtergetilgt wurden, nach ca. 3 Jahren ein bisschen länger, das abgetretene Depot wieder freigegeben wird. Für die Bank macht es keinerlei Unterschied von der Sicherstellung, ist es exakt das gleiche. Es könnte nur sein, dass du den falschen Banker hast, der keinen Bock auf außergewöhnliche Lösungen hat und keine Lust hat, einen 3-Zeiler in den Darlehensvertrag bei sonstigen Vereinbarungen reinzuschreiben. So, nachdem du also 3 Jahre abgetilgt hast, wird das Depot wieder frei und davon kaufst du wieder die nächste neue Immobilie. Das heißt, in Jahr 3 kaufst du Immobilie Nummer 2, in Jahr 6 kaufst du Immobilie Nummer 3 und in Jahr 9 kaufst du Immobilie Nummer 4. Und diesen roten Minibalken, der die weichen Kosten bzw. dein Depot repräsentiert, siehst du hier. Anstatt es einmal für 10 Jahre zu binden, kannst du es hier viermal benutzen. Jetzt schauen wir uns mal den ganzen Spaß im Jahr 10 an. Das siehst du rechts in dem gelben Kasten. Die ursprüngliche Immobilie 1 hat jetzt eine Restschuld von 780.000 Euro. Das sind exakt 100.000 Euro mehr. Warum? Weil du beim letzten Mal ja praktisch die 100.000 Euro direkt wegbezahlt hast und jetzt hast du sie ja als Darlehen aufgenommen, dafür hast du aber auch dein Depot noch. Somit hast du also auch einen Vermögenszuwachs von 720.000 Euro. Kommen wir zur Immobilie Nummer 2, die im dritten Jahr gekauft wurde. Dort hattest du natürlich weniger Zeit zu tilgen. Deswegen ist dort die Restschuld noch bei 870.000 Euro. Bedeutet ein Vermögenszuwachs von 480.000 Euro. Bei der gleichen Wertsteigerung anteilig angenommen, nämlich über 7 Jahre 50.000 Euro pro Jahr entspricht dann 350.000 Euro Wertzuwachs. Bei Immobilie Nummer 3 bist du erst runtergetilgt auf 980.000 Euro Restschuld und hast somit ein Vermögenszuwachs von 220.000 Euro. Wie habe ich das gerechnet? Immobilie Nummer 3 hat bis zum Jahrzehnt noch 4 Jahre. Bedeutet also, dass wir pro Jahr 50.000 Euro Wertzuwachs haben. Das heißt, du würdest verkaufen oder das hätte jetzt aktuell einen Wert von 1,2 Millionen Euro. Du hättest runtergetilgt 120.000, nämlich die Nebenkosten, die du mitfinanziert hast. Nach 100.000 wird dein Depot wieder frei. Das heißt, du landest bei einer Restschuld von 980.000 und hast somit einen Vermögenszuwachs von 220.000. Bei Immobilie Nummer 4 ist die Restschuld noch 1.070.000. Das bedeutet, du hast die Nebenkosten noch nicht ganz abgetilgt und hast somit einen Vermögenszuwachs von minus 20.000 Euro. Dafür musst du jetzt aber auch das Eigenkapital wieder oben drauf rechnen. Und wenn du das Ganze addierst, kommst du auf einen Vermögenszuwachs von 1,49 Millionen. Zum Vergleich bei Version 1 war der Vermögenszuwachs 720.000 Euro. Es gibt aber noch einen riesen Unterschied zu vorher. Bei der konventionellen Methode hast du jetzt keine Immobilie mehr, sondern nur noch Bargeld. In diesem Fall hast du 4 Immobilien. Der Verkauf ist nicht nötig. Du hast einen laufenden Cashflow. Pro Jahr werden diese Immobilien jetzt um ca. 150.000 Euro getilgt. Das bedeutet, du hast pro Jahr allein durch Tilgung einen Vermögenszuwachs von 150.000 Euro. So und jetzt schau dir das mal an. Der Spaß fängt ja erst an. Schau mal auf Jahr 13, auf Jahr 16, auf Jahr 19. Was haben wir hier gemacht? Anstatt dass unser Cashcycle 10 Jahre ist, ist er 3 bzw. 3,5 Jahre. Und du siehst, bei der Bestandsimmobilie rechnet sich das schon gewaltig, nämlich mit Faktor 2 auf 10 Jahre. Wenn wir das auf 20 Jahre rechnen, weißt du gar nicht mehr, wo es vorne ist. Interessant wird es aber, wenn wir uns den Cashcycle bei der konventionellen Immobilienhandelsfinanzierung anschauen. Dort unterstellen wir, wir machen ein Neubauprojekt von 1 Mio. Euro. Da müssen auch 100.000 Euro Eigenkapital rein. Meistens mehr, aber es geht jetzt nur ums Prinzip. Nach einem Jahr sagen wir, es ist alles verkauft. Das heißt, du brauchst 12 Monate, um von Plan weg zu verkaufen. Deine Projektlaufzeit ist 2 Jahre, wobei du nach einem Jahr bereits immer alles verkauft hast, vom Plan weg. Also Projektdauer 2 Jahre, Verkaufsdauer 1 Jahr. Und du kalkulierst mit 20% Marge. Das heißt, wenn du ein 1-millioniges Objekt machst, dann führt das zu 200.000 Euro Gewinn. Marge ist praktisch Handelsgewinn. Wenn du hier drauf schaust, im Jahr 2, würde dann praktisch frei 300.000 Euro. Also die ersten 100.000 Euro, die du reingesteckt hast, plus die 200.000 Euro Marge. Steuer lassen wir jetzt mal außen vor. Es geht jetzt nur ums Prinzip. So, dann unterstellen wir, dass du sowohl dein Eigenkapital wieder einsetzt, als auch die Gewinnmarge in Höhe von 200.000 Euro. Wie gesagt, Steuern lassen wir raus. Das heißt, danach machst du 3 Objekte, 1 Mio., die auch wieder eine Projektlaufzeit gesamt von 2 Jahren haben. Allerdings jedes Mal nach einem Jahr hast du alles abverkauft. Und das restliche brauchst du Bauen, Übergabe, Mängelbeseitigung etc. Das gleiche machen wir dann wieder im Jahr 4,5. Werden dann 300.000 Euro wieder ein Eigenkapital frei. Nämlich das, was früher ursprünglich dann eines Eigenkapital war, plus die 200.000 Gewinnmarge. Die werden wieder frei. Und pro Projekt kriegst du jeweils wieder 200.000 Euro, sodass du jetzt als nächstes 9 Projekte gleichzeitig machen kannst. Und somit wärst du ungefähr zwischen Jahr 6 und 7 bei ungefähr 13 Projekten, die du machen könntest. Also der Trick ist einfach folgendes. Wir starten mit 100.000 Euro, machen dann einen Gewinn. Am Ende des Verkaufszyklus, des inklusive Bauzyklus, nach zwei Jahren kriegst du eben 100.000 raus, plus nochmal 200.000 Gewinn. Alles wird wieder reinvestiert. Wir brauchen wieder 10% Eigenkapital für jedes 1 Mio. Objekt. Vorher hatten wir 100.000, jetzt haben wir 300.000, und deswegen machen wir jetzt 3 Objekte. Danach gehen wir her und nehmen den gesamten Gewinn, also 3 mal 200.000 sind 600.000, plus die alten 300.000, von denen die 100.000 ursprünglich altes Eigenkapital war, und investieren die jetzt in 9 Projekte. Wie gesagt, Steuer lassen wir außen vor, das verkompliziert das Ganze nur. Und genau da kommt aber der Punkt, wo man schon sieht, wie wichtig die Steuer sein kann. Und jetzt kommen wir zur nächsten Folie. Nämlich die Anwendung des Cash Cycles in der Immobilienhandelsfinanzierung in Kombination mit rollierendem Eigenkapital. Wenn du auf die Infobox schaust, links unten, dann siehst du dort wieder 1 Mio. Projekt, Verkauf 1 Jahr, Projekt seit 2 Jahre, 100.000 Euro, 20% Marge. Der einzige Unterschied, den du jetzt vereinbarst, und nur diesen Unterschied, und glaub mir, die Banken machen das mit, du vereinbarst, sobald alles verkauft ist, und Verkauf bedeutet, valider, belastbarer Kaufvertrag, das heißt, ein echter Kaufvertrag ohne Rücktrittsrecht, plus vom Käufer eine unwiderrufliche Darlehenszusage, also sobald alles verkauft ist. Es muss gar nicht alles verkauft sein, normalerweise geben die Banken schon einen Teil des Eigenkapitals bei 50% frei, und sie geben alles frei bei 80% Verkaufsstand. Hier habe ich es jetzt aber so gerechnet, dass wir sagen, angenommen, wenn alles verkauft ist, inklusive Kaufvertrag und Finanzierungszusage valide, dann, liebe Bank, gibst du mir mein Eigenkapital zurück. Das heißt, du kriegst die 100.000 Euro ursprüngliches Eigenkapital einfach ein Jahr früher. Du kriegst es in Jahr 1 anstatt in Jahr 2. Wenn du jetzt hier mal drauf schaust, dann siehst du, dass wir jetzt im Jahr 1 schon das nächste Projekt kaufen, und dann im Jahr 2 von dem zweiten Objekt schon wieder das Eigenkapital frei wird, und von dem ersten Projekt wird dort die Marge frei. Davon kaufen wir dann 3. Im Jahr 3 werden von diesen 3 Objekten jeweils wieder das Eigenkapital frei, und von Objekt 2 wird jeweils die Marge frei. Das heißt, wir haben dann hier, lass mich zusammenrechnen, 3 mal 100.000 Euro plus 1 mal 200.000 Euro. Das heißt, wir haben 500.000 Euro. Die investieren wir jetzt wieder in 5 weitere Objekte, bei denen wir genau die gleiche Vereinbarung machen. Das heißt, im Jahr 4 kriegen wir 5 mal 100.000 Euro wieder raus, etc., etc., etc. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn du das nachrechnest, kommst du auf insgesamt 43 Projekte bis Jahr 6. Jetzt habe ich an der Folie mit dem Cash Cycle konventionelle Immobilienhandelsfinanzierung immer ein halbes Jahr Zeit gelassen zwischen Ankauf und Verkauf. Das könntest du mir jetzt vorwerfen, aber in der Praxis ist das genau so, weil du weißt ja nicht genau, wann die Bank jetzt endlich frei gibt, wann genau endlich abgewickelt wird. Deswegen habe ich auch die Cash Cycle Immobilienhandelsfinanzierung mit rollierendem Eigenkapital nur bis Jahr 6 gerechnet, und die andere bis Jahr 7. Aber ich denke, du verstehst das Prinzip. Wenn wir also mit ursprünglich 100.000 Euro in 6 bis 7 Jahren 43 Projekte machen können und wir pro Projekt 200.000 Euro verdienen, dann kannst du ja mal ausrechnen, was da der Unterschied ist. Das heißt, hier machst du 8,6 Millionen Euro Gewinn aus den Objekten, Rohertrag. Während du bei der konventionellen Methode nur 13 Projekte machen könntest mit jeweils 200.000 und du wärst somit nur bei 2,6 Millionen. Das heißt, es ist fast das Vierfache und das erst bei Jahr 6. Übrigens, wenn du dich wunderst, bei dieser Grafik, der unterste Block, der muss eigentlich viel länger sein, mir reicht bloß der Platz hier auf dem Slide nicht. Das heißt, das wird dann immer überproportional immer größer. Kannst du dir ja vorstellen, ist praktisch wie eine Parabel, die immer größer wird. Aber lass uns hier bitte nicht an Details aufhängen und ob das jetzt genauso ist und ob man Objekte kriegt etc. Es geht nur darum, rüberzubringen, hey, der Cash Cycle ist ein riesen Multiplikator, ist ein riesen Faktor. Natürlich gibt es noch andere Faktoren, wie zum Beispiel kriegst du auch genug Objekte etc. Aber für diese Faktoren gibt es natürlich auch Lösungen. Nur, wenn du einen schnellen Cash Cycle hast und vereinbarst, macht das natürlich einen riesen Unterschied. Und da siehst du jetzt auch, wie wichtig Steuerverschiebung sein kann. Selbst wenn sie erstmal langweilig klingt und nur nach einer Verschiebung, was hilft mir das, muss ich ja später eh bezahlen. Aber es macht einen riesen Unterschied, wenn du Geld 3 Jahre intelligent investieren kannst. Sei es auch nur bei der Bestandsimmobilie, weil du siehst, du musst einmal 100.000 Euro investieren, nach 3 Jahren kriegst du es wieder raus. Und das sorgt dafür, dass 100.000 Euro haben oder nicht haben, über 1 bis 4 Immobilien entscheiden kann, so dass du am Ende von 10 Jahren ein Vermögen von 4 bis 5 Millionen Euro haben könntest. Ob du die 100.000 Euro jetzt hast oder nicht, macht da den Unterschied. Objektzugriff natürlich vorausgesetzt. Aber ich denke, du hast verstanden, was ich dir sagen möchte. Das ist also das Geheimnis und die Magie des schnellen Cash Cycles, sowohl beim Immobilienhandel, als auch beim Bestandsaufbau. Der Cash Cycle bezieht sich natürlich nicht nur auf Immobilien, sondern wenn du ein anderes Business hast, beziehst du das natürlich auf dein Produkt. Aber glaub mir, Steuersparnis oder Steuerverschiebung und der Cash Cycle zusammen sind ein magisches Duo. Ich hoffe, ich konnte dir das gut rüberbringen. Es wirkt auf den ersten Punkt komplex. Eigentlich ist es fürchterlich einfach, wenn man es mal geistig durchdrungen hat. Ich kann dir jedenfalls sagen, es ist magisch und vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin natürlich etwas mit Vorsicht drangegangen, weil man kann sich das natürlich nicht vorstellen, weil kein Steuerberater der Welt irgendwie sowas empfehlen würde. Ich habe natürlich vorher auch mit meiner Steuerberater gesprochen. Sie hat gesagt, das kann nicht sein. Also bei bestem Willen nicht. Das sind irgendwelche Grauzonen-Tricks, aber überhaupt nicht. Als ich ihr dann mitgeteilt habe, wie es wirklich funktioniert, war sie dann auch überzeugt und mittlerweile arbeitet sie da auch wirklich intensiv und eng mit mir zusammen. Also ich habe dieses Jahr wirklich super viel Geld in Weiterbildungen und Coachings und Seminare investiert. Also mehr als einen sechsstelligen Betrag mittlerweile. Und ich muss sagen, es ist wirklich das beste Steuerncoaching, beste Coaching generell, was ich dieses Jahr gemacht habe. Weil wirklich so der kleinste Trick alleine mit dieser Ein-Prozent-Regelung oder mit Urlauber aus Bruttoeinnahmen bezahlen, einfach mir schon so viel Geld auf mein Leben spart, dass es einfach unglaubliches und wirklich verschwendetes Geld, wenn man hier nicht hingeht. Und ich hätte eh nicht gedacht, dass man dieses Wissen auch für dieses Geld bekommt. Von daher bin ich da sehr, sehr dankbar drüber. Das heißt, das ist definitiv ein Punkt und einfach so viel komprimiertes Wissen habe ich in auch noch keinem Coaching oder sowas erlebt. So viele Experten, so ein Netzwerk wie hier existiert für mich, also mir ist jetzt nichts bekannt, wo das existiert. dass wir also machen, eine sehr interessante Zeit haben, Vielen Dank.